wer bist du oriko fällt dir ins auge von einem uhr baum mit eine kohle kreole als er zu dir herüber gleitet wüstert seine schöne maske schneidet kleidung förmlich du bringst mich in verlegenheit wie könnte ich es mir leisten zeit mit einer derart fracht von kreatur zu bringen von was redest du da ich rede über deine pracht von augen der perfekten leben ist wer war ich ein verbrechen solltest du sie jemals schließen erfährt sich mit seinen fingern seinen absoluten medischen ziegenbart entlang was kann oriko für dich tun das weiß ich genauso wenig wie du manche dinge muss man selbst herausfinden zu glauben zu können wie viel für einen arm dann die du dich auch in dem nächsten leben noch erinnern wirst frage ich nur 300 pand nicht dieses mal nein danke die wir wahrscheinlich auch nichts anderes zu sagen haben wir es nicht aus der gegend was in der stimme der jungen frau klingt der kecke tonfall von und was geschenkt mit du brauchst ein einheimisches mädchen um die die sehenswürdigkeit zu lassen zu glück zu deinem glück bin ich eine von ihnen was bist du ein heimischen mädchen oder der sehenswürdigkeit sie lacht bei ist ein paar stück was kannst du noch so mit einer cleveren zunge anstellen und welche örtliche attraktion wirst du mir denn empfehlen ich würde würde ich dir lieber zeigen als davon zu erzählen wie viel meint eine zeit kostet die 200 fans jede münze wert nein also jetzt dass man so was hier treiben kann aber einfach nie bord der wächter poteke hast großer dammsee wer bist du noch der holle scheibe im gz erspricht kein wort aber er bleibt stehen und betrachte dich interessiert was ist mit deinem bein passiert er lacht nun schild seinen kopf wie viel damit sie musste die von oben bis unten erhält fünf finger in die höhe ich bin nicht interessiert ich suche eigentlich einen jungen und der leichtere einfach mal hat den besitzer um 13 gold oder kupfer ok hier unten scheint der junge nicht zu sein den ich suche gehen wir einfach mal nach oben und ich glaube vor bevor ich diese 1000 kupferpanz ausgebe um mit der einzureden mache ich lieber mal ein quick save oder save allgemein ob es sich vielleicht doch einen anderen weg gibt du bist auch so eine das herrige mädchen hebt den saum sei es kleid und zeigt dir ein muskulöses bein so etwas wie das hast du noch nie erlebt glaub mir was meinst du damit sagen wir mal so ich werde ich schnell müde sie klatscht sich auf ein ihrer geschmeidigen stramm oberschenkel und wie viel dich kostet eine nacht nur 600 band und diese nacht wird ich ordentlich aus den schonen ledern jetzt nicht danke überraschendweise liegt zwischen diesen kissen kein kleingeld das ist die kali von der haben wir draußen gehört die wollen augen der bleiche sind wie ein sonnenuntergang im winter gefärbt sie berührt eine wange mit kühler hand du siehst so aus das heißt weit gereist lass mich dir die bedeutung von beharrlichkeit und erholung zeigen erzählen sie mir von sich ich bin aus dem gefrorenen landen am südlichen ende der welt nach trutzburg gekommen nur weniger aus meinem volltreisen reisen so weit nach norden aber niemals versteht sich so gut wie wir darauf eine kalte nacht zu erwärmen ihre haut scheint in der verdunkelten schenkel zu leuchten wie viel ihre dünnen nippen kreisen sich nach oben 500 band dann kannst du das größte geheimnis der südlichen küste der südlichen künste erleben nein danke die langen haare des elfs rahmen seinen hohen fangen noch unsere lange schlanke na sein so ein frischer wind wenig jeden tag in den klub hinein wer bist du ich stamm aus dem dürrwald und bin wir sie den feinen künsten wenn du nach geweintheit und raffinesse suchst dann bist du am ziel er wickelt seine schlanken finger um einen bleiben becher wie viel nur 600 kupferstücke für mein täglich brot während du und ich uns an der liebe laben hier steht jetzt ks kupferstücke nein danke netter ring du darfst rein die geschäfte hier im salzigen mast laufen gut bordell gäste serials wächter die hat wächter ok wenn du serie treffen möchte sprich mit mei oder mei ich werde dich in auge weit bis besser keine dummen tricks und mit der können wir nicht sprechen ok weil der vodekast vincent will hier jason ist das die erste besonderen kluft der kultivierten angenehme ehrenmänner mein herr da ist was versteckt ok da stehen ganz schön viele leute drin wer bist du der bau betrachtet die von oben aha wie ich sehe bist du ein mitglied bist du wegen der exklusiven klub ausrüstung her erzählen wir von diesem ort er verschreckt die arme vereinfacht gesagt befindest du dich hier im club der kultivieren und angesehenen ehrenmänner im obergeschoss des salzig mast sein kopf genauer gesagt du befindest dich in der mitgliederlage was wiederum bedeutet dass du schon länger dass du schon länger als ein jahr mitglied bist er berücksichtigt ist täuscht unsere gehen würden ja streng sein aber sie hätten das gesinne entfernt meistens sagen wir mal was dann zu bieten das zu dem rc sammle ich die besten auslösen geschehen es gibt ich garantiert ihr das nirgf eine bessere sammlung findest halleluja der verkauft fast nur gelbe sachen rosenbeutel der kraft plus zwei verfassung umhang des theokraten intelligenz und entschlossenheit weit stein von tennis ist ausdauer bonus verteidigung gegen zauberei schwert von pricks das klingt cool lysandras klinge dacosi paladins langschwert ja das ist ein ganz normal schwert einzigartig schwert einhändig das sind sehr coole sachen hier da bist du das müssen wir uns merken dass er hier sowas anbietet was wir jetzt jedoch nicht wissen wo der junge sich rumtreibt wo die werden ihn kaum hier rein lassen das ist schon klar 1000 kufferstücke um zu der einen frau zu kommen sage ich jetzt mal bodegas mit dem haben wir noch nicht geredet wait wait's augen sind rot umrand und verschwommen er starte einen schmutzigen geruch hinein als würde dort noch etwas suchen er schaut und nimmt nur einen schluck vielleicht hast du für heute schon genug getrunken seine augen sind voller schaum und selbst was willst du von mir wie kannst du dich in solchen zeiten bedrängen dein kind ist verschwunden dein sohn ist verschwunden soll es bis ein paar erklärungen dafür parat haben wait vergräbt sein gesicht in seinen händen so ist das nicht ich bin mit dem jung zum fischen gegangen und vor der weg ist nur eine gleichkeit trinken nur einen kug mit deshalb habe ich ihm gesagt er soll draußen auf mich warten ich wollte nur ein paar minuten bleiben aber als ich raus kam war verschwunden zumindest hast du dich dadurch nicht von deinen dringenden saufgeschäften abhören er start seinen kug an und nehmen schnell schluck ich weiß nicht was ich oder sagen soll ich werde trotzdem nach ihm suchen sei nicht so hart zu dir selbst du solltest doch nicht so du wusstest doch nicht dass du wolltest doch nicht dass so das passiert du kannst dich hier nicht drin verstecken früher oder später musst du ihr in die augen sehen das ist keine entschuldigung hier um zu sitzen sie zu dass deine hintern hier raus bekommst und gehen suchen dass du ein schrecklicher vater bist wenn ich ein kind am hals hätte wäre ich wahrscheinlich auch hier das ist keine entschuldigung hier herum zu sitzen sie zu dass dein hinterher heraus bekommst und gehen suchen hast du das hätte ich nicht versucht ich nehme schon ein ganzes leben in das geschenk wie immer schon so lange verschwunden ist dann welt wählt sich wieder sein getränk und nimmt einen langen schluck kann man nicht in ruhe etwas trinken ok das hilft mir auch nicht wirklich weiter also von den docks sind wir wir haben mit dem einen gesprochen der hat uns gesagt er ist zu den docks der bei den docks haben uns gesagt er ist zur salzigen mast das müssten wir hier beim salzigen mast jemanden finden oder zum beispiel nein du sagst es nichts wichtig nichts was uns interessiert im fischer vielleicht nein das hilft uns auch nicht weiter du bist nur eine cortisane du bist ein betrunkener hast du vielleicht das kind gesehen ich entschuldige mich für die umnahmöglichkeiten wie mich manche nennen ich hatte mit dem windlichen gitter ich muss vorsichtsmaßnahmen ergreifen also jetzt das geschäfte machen okay der handel mit edelsteinen das ist gut zu wissen wenn wir welche brauchen sollten adra ist billig bei dem kommen werde kaufen die mal das adra ab man kann nie genug adra haben finde ich das brauchen wir hauptsächlich für waffenverbesserung schikanierende verbrecher was haben wir denn da noch ein tourist im geschenk er nickt seinen zieligen wird so lasst uns ihnen gebühren willkommen heißen ich werde euch geld geben wenn ich einfach nur das lasst uns mal darüber reden er zieht eine geschäft schärfte klinge und lächelt freundlich ich glaube du begreifst hier das wesentliche nicht da ist verteilt alle gehen auf meinen wolf los auf fenris kann ich dir sagen dass du fenris heilen sollst ja sehr gut wenn schon alle auf fenris losgehen da soll fenris aufgeheilt werden edda verschafft uns mal etwas luft und haut den da um also etwas umhauen bringt so gut wie nichts ok fedris hat es leider erwischt dafür sind die aber auch schon fast tot gut ein schlüssel ok tagebuch wurde aktualisiert ich wurde von schlägern angegriffen die bodellfreie wisse als gehörer zu einem haus sind ondras geschenk na da muss ich mal gucken eins der häuser konnte ich auf jeden fall nicht öffnen und ich muss wohl wahrscheinlich in den verlassenen häusern nachgucken ob ich da irgendwo den jungen finden ja ok das ist aber der nächste schritt beim nächsten mal ich speichere erst mal wieder spielstand speichern so lp 904 speichern und dann sehen wir uns gleich wieder bis gleich